Jo, Freunde, was geht ab? Ich bin gerade in Bochum mit diesen Verdächtigen. Sieht man euch? Warte, hier, Hauptattraktion. Ich bin auf dem Event von dieser Dame. Erzähl, mach mal ein Intro. Also Leute, wir sind hier heute in Bochum, Moda Borg, gell? Da werden wir ein bisschen Escape Room so machen, gell? Das wird voll cool. Wir freuen uns. Ja, Freunde, sorry übrigens, dass ich den unsympathisch TV gemacht habe und einfach fünf Monate nicht abgelaudet habe. Mit diesem Video gehen wir wieder rein in die Aktivität. Ab jetzt bestimmt jede Woche einen Vlog. Bestimmt jede Woche einen Vlog. Jede Woche einen Vlog. Jede Woche einen Vlog. Oder Video. Oder Stream Highlights oder so. Ziehen wir durch, wir freuen uns. Ich habe richtig Bock auf den Escape Room jetzt. Wir werden später in verschiedene Teams eingeteilt, habe ich schon gehört. Es gibt Preise zu gewinnen. Gewinne, gewinne, gewinne. Wichtig. Und ja, dann werden wir ein bisschen IRL, Gefängnisausbruch Simulator spielen. Schauen wir mal. Kannst du bitte was sagen für meinen Vlog? Jörg, Jörgurt. Wir lieben Jörgurt auf unserem Gesicht. Ja, nein. Freunde, das ist wirklich sehr geil. Randale, das ist wirklich sehr geil hier alles gemacht. Wir haben hier alles mögliche an Essen. Wir haben hier eine wunderschöne Frau. Ja, können wir mal Outfit-Check machen? Können wir mal dein Outfit appreciaten? Hau raus. Die Hose ist von, keine Ahnung. Genau. Jacke ist, keine Ahnung. Das Oberteil ist aber, glaube ich, von... Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Boah, da kauf ich auch voll gerne. Und die Schuhe sind neigen. Ja, Slay Girl. Leute, ich küss jetzt die, die ihr folgen. Ich schwöre, das sind einfach... Die sind genauso Ehrenmänner, wie sie. Ich schwöre, ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich schwöre, aber von... Lass uns küssen. Küsst bei der Kamera. Mach es. Aber von erster Sekunde an. Ja, wir haben gewibst. Wir haben einfach gematcht. HD, GD, 11. HD, A, D, 11, G, D, 11. Okay, das reicht. Alle sind sich am Connecten, so wie es sich gehört. Alle machen ihren Job. Was machen die? Das sind die, die in der Schule als letzte gewählt wurden. Was? 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 Genau. Okay, kurz ein paar Fragen in die Runde zum Kennenlernen. Was ist dein Bodycount? Mein was? Genau, danke. Was deiner? 20. Deiner? Ich habe eine Frau und die heiratet. Und dein Träumen. Das sieht alles so nice aus. Hier haben wir einfach die traditionelle bayerische Küche mit Brexeln. Was haben wir hier? Ja, mach mal. Stößchen. Abfahrt. Schmeckt gut? Super. Muss nicht schmecken, muss wird. Zero ist das, ne? Schmeckt das? Chin Chin. Super Sache. Sehr, sehr nice. Das ist auch wirklich alles so hübsch aufgebaut. Das sieht alles so lecker aus. Das ist alles so lecker. Wir werden hier wirklich richtig verwöhnt. Hier die Pizza auch beste. Die Pizza? Ja. Die ist es. Mit Wimpern ist die beste in der Welt. Jetzt geht es richtig los, Freunde. Ist ein Schuss Rodka dabei? Ja, rein da. Ich glaube, der fehlt. Stößchen. Schmeckt. Wir sind sehr, sehr happy, dass ihr da seid. Wir habt alles gut hergefunden. Wenn nicht, dann ist es jetzt auch vorbei. Was jetzt gleich hier abläuft, das wird gleich erklärt. Erstmal, ich wollte nur Danke sagen. Jetzt kommt die Team-Aufteilung. Wir haben noch eine Aufteilung. Aufteilung. Dann haben wir Team Nr. 2 mit Cody, Cem und Bouget. Bouget. Gewinner-Team. Können wir nochmal für die Kamera so Teambuilding-Maßnahmen machen? 3, 2, 1. Hamburger Royalties! Ja, Stimmung! Das ist mein Drecksteam. Ich werde verlieren. Okay, Freunde. Jetzt geht es los. Wir müssen uns... Da ist jemand drin. Das heißt, dass hier jemand drin ist. Okay. Freunde, wir fangen jetzt an. Das ist mein Team. Absolute Vollkatastrophe. Ja, ja, ja. Kein Stress. Lasertrap. Nein, das klingt doch nicht. Und das ist gut. Da darf man nicht rein. Doch, das ist gut. Ja, Lasertrap gehen wir rein. Oh, okay. Warum... Ey, das ist unser Raum. Warum ist das so dunkel jetzt? Ach so, ich sehe fast gar nichts. Was passiert jetzt hier? Sicher? Nein, nein. Ja, das ist wieder... Okay, 1, 2, 3. Scheiße, was hast du mir jetzt raus? Hä? Hä? Was lauf ist denn? Nein, 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 müssen wir nicht. Was redest du? Wir müssen einfach... Auf mein Falsches schon? Nein, wir müssen mal wieder komplett von neuem machen. Oh mein Gott. So, mach nochmal. Ja, aber schau, ich wollte doch nicht mehr. Egal, auf 3. 1, 2, 3. Nein. Hä? Hast du zugehört? Nein, habe ich nicht. Ich bin überfordert. Wir gehen nochmal rein. Okay. Was hast du gemacht? Ich habe nicht gedrückt. Doch. Ich habe nicht gedrückt. Du hast da drauf gedrückt. Ich schwöre auch an. Ich schwöre, ich habe gerade drauf gedrückt. Ich schwöre, das kann es sein, aber ich habe es nur angetanzt. Ja, dann wieder raus. Egal. Ich schwöre, ich habe nicht gedrückt. Männer, es ist ohne Spaß, hört auf damit. Das ist easy. Ja, das ist auch easy. Warum brauchen wir so lange? Weil ihr trollt. Deswegen brauchen wir lange. Er hat geintet. Nee. Okay, jetzt geht dran. Ich schwöre, ich habe es nur angetanzt und es macht so... Ja, ja, ja. Lass es einfach. Ja, ja. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Oh, mein Gott. Warte, warte. Erster Versuch, jetzt. Ja, ja, das hier ist jetzt First Try, let's go. Oh, was passiert jetzt? Warte mal. Was habe ich auf Kamera? Die Stimmung ist angespannt. Schnauze voll, diga. Nee, ihr versteht nicht. Wir sind seit einer Stunde oder so an dem einfachsten Level. Dieses Lasertrap wurde empfohlen als Einsteiger-Level. Und wir sind richtig abgefuckt. Auf Ernst jetzt? Ja, wir schauen hier gleich jemanden und das ist nicht Cody. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Okay, Freunde, wir waren eigentlich fertig, aber ich glaube, ich habe verkackt. So, Raum Nummer zwei haben wir auch aufgegeben, by the way, weil wir es nicht geschafft haben. Der Mitarbeiter meinte aber auch, wir hätten uns die zwei schwersten Räume direkt am Anfang ausgesucht. Jetzt haben wir einen neuen Tipp. Dieser Raum. Abfarten dann. Wildmarken. Wildmarken. Der soll einfach sein. Oha, Campton, das kenne ich aus COD. Ab in die Ecke setzen und gewinnen. Ein sehr, sehr seltener Moment. Das ist unsere erste Stempelkarte. E-R-E-A-E-E-R-I. Wir haben irgendwie zwei Stunden gebraucht, oder so. Holy shit. Du hast es in der Strahlung geschafft. Warum hast du so gute Laune? Bei uns läuft es voll schlecht. Alter, er kann schon gerade trainieren werden. Und uns wurde dann nach einer Stunde oder so, nachdem wir da nicht weitergekommen sind, gesagt, dass das eines der schwersten Level ist. Und wir haben es halt auf Krampf versucht und waren so, hä, aber das muss doch einfach sein, weil das ist ein Beginner Level. Und ich die ganze Zeit so, das ist ein Beginner Level. Wir kommen, wir bleiben drin, Jungs, das schaffen wir schon, wir sind dead close. Aber ja, my bad, Manners. Ich war der Wirt. Hier mal ein kleines Behind-the-Scenes. Das sind alles die Räume. Zum Teil, wenn man einen Raum gelöst hat, kommt man in den zweiten, teilweise sogar auch noch in den dritten. Also ein Level ist niemals nur ein Raum, mindestens zwei, manchmal drei. Es ist auch so lustig, man hört hier überall raus Musik, man hört hier raus überall Leute schreien. Alle sind mittlerweile sauer, abgefuckt. Einer kam gerade aus dem Raum und war komplett in Schweiß gebadet, der war komplett verschwitzt. Wirklich, ihm lief die Suppe im Gesicht runter. In den Raum will ich auf jeden Fall nicht, das ist mir körperlich zu anstrengend. Es kracht wirklich sehr und mein Ego kracht auch. Ich kriege langsam ein richtiges Ego-Problem, weil ich war so, es kann nicht so schwer sein. Mein Ego sagt, ich kann das, ich kann jeden Raum innerhalb von zehn Minuten lösen. Aber kann ich nicht. Ihr seht hier überhaupt nicht begeistert aus. Hä, wir haben es fast geschafft alles? Ach, nur fast? Ja. Schade. Nee, also fast nur, weil du jetzt nervst. Ach so, oh sorry, dann arbeite ruhig weiter. Ja. Hammer. Ja, mein Team ist hier am Gewinn, ohne mich. Genau. Ey, ist das so lustig, mittlerweile sind einfach zwei Kameramänner in dem Escape-Raum, in dem ich eigentlich sein sollte, ohne Kamera. Die Männer hat der Ehrgeiz gepackt. Die wollen das jetzt unbedingt lösen und mir einen Stempel holen, beziehungsweise meinem ganzen Team. Aber die kriegen das nicht so richtig hin. Die kommen hier immer wieder raus und sagen so, beim nächsten Durchlauf haben wir es. Beim nächsten Durchlauf haben wir es. Halt die Kamera bereit, beim nächsten Mal. Und das ist jetzt schon... Yeah, 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 yeah. Sorry. Wir haben noch eine Stunde Zeit für die Escape-Räume und wir haben nach wie vor erst zwei Stempel. Es wurde gerade eine Durchsage gemacht. Ein Team hat schon vier. Also wir werden auf jeden Fall nicht das Gewinnerteam sein. Wir werden auch, glaube ich, nicht aufs Treppchen kommen. Schade. Heute keine Earnings in Escape-Raum. Unlucky. Das muss ich kurz festhalten. Kurzer Outfit-Check hier. Nigga, er hat alles gegeben. Komplett. Macher, sage ich. Macher. Wow. Schön. Nice. Okay. Auf einmal die Emote hast du in Fortnite gefunden. Oh, okay. War echt Emote, ne? Ja, rein ins Rave-Stimmung. Komm mal auf. Macht mal Sachen jetzt. Yeah, wuhu. Nice moves. Oh, yeah, wir haben's. Und rein mit dem Stempel. Ich hab gar nichts gemacht. Ich war nur Kameramann. Ja, und das ist mein Team. Was? Ihr habt sieben? Also wir haben sieben, meinst du? Eins, zwei, drei, zwei, drei, zwei, vier, fünf. Okay, ja, lass noch eins machen. Wir haben ja acht. Ihr habt acht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, wow. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mein Team. Wir haben nur noch zehn Minuten, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sieben, eins. Deine Tränen, komm. Zeig mal Stempel. Zeig mal den Flex. Zehn Räume haben wir geschafft. The greatest. Irgendwie werde ich bei den Sportsachen immer ausgetauscht. Kannst du dir das erklären? Ich kann nicht mal mehr reden. Du bist komplett verschwitzt. Was ist los, da? Guck mal, wie nass ich bin. Ich geb mein Bestes und wir schaffen es trotzdem nicht, ne? Aber habt ihr Spaß? Nein. Weil das ist das Einzige, was ich sehe. Ich glaube, das einzige Problem ist, der letzte Stempel ist die Freundschaft, die wir auf dem Weg gemacht haben. Das müssen wir realisieren. Sehr poetisch. All die Fresse ist eine Reise. Ey, yo, Team, Team? Nee, du bist nicht mein Team. Wie viele Stempel hast du? Du kleiner. Sag, Chef, wie viele Stempel? Kleiner? Ich habe fünf. Wie viele haben wir? Alle, oder? Zehn. Zehn? 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 Ihr seid so krass. Zehn aus Zehn? Zehn aus Zehn? Wir haben die offizielle Auswertung von Vodavor und das Gewinnerteam mit zehn Räumen. Wer kann das sagen? Zehn? 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 Das ist crazy. Ja, Männer! Komm her, komm her, komm her. Ach, das ist so. Ja! Was? Nachdem ich geholfen habe? Ja, geh noch mal zu und dir noch, dass wir gewonnen haben. Das ist unser Gewinn. Let's go!